Das Stück, das Sie gleich hören werden, soll besonders eine Sache bei Ihnen anregen, und zwar Ihre persönliche Fantasie. Jeder von uns hört unterschiedlich und auf seine individuelle Art und Weise, egal ob mit Implantat, Hörgerät oder ohne. Was uns aber fehlt, ist einmal die Augen schließen und die Geräusche um uns herum in einer Art Meditation in uns aufnehmen zu können, eigene Töne zu hören, eigene Bilder vor dem inneren Auge zu sehen, die eigene Wahrnehmung zuzulassen. Nach diesem Begriff ist mein Stück benannt, Wahrnehmung, Perception. In meinem Stück habe ich ein Geräusch aufgenommen, was Sie bestimmt alle erkennen werden, und es mithilfe eines Bandpass-Filters zu etwas Neuem verarbeitet. Der Prozess vom Ausgangspunkt dieses Geräusches zu dem neuen Punkt ist der Inhalt meiner Komposition. Was ein Bandpass-Filter ist, werde ich im Folgenden noch erklären. Als Bandpass wird in der Technik das Filter bezeichnet, der nur Signale eines Frequenzbands passieren lässt. Die Frequenzbereiche unterhalb oder oberhalb des Durchlassbereiches werden dabei gesperrt oder deutlich abgeschwächt. Ein Cochlea-Implantat analysiert das Audiosignal vom Mikrofon mit Bandpass-Filtern. Jede Elektrode wird mit der Stärke gesteuert, die der Stärke von jedem Frequenzband entspricht. Mit einem Cochlea-Implantat kann man Sprache verstehen und sogar Musik genießen. Das folgende Musikstück wurde mit Bandpass-Filtern komponiert. Bitte machen Sie nun Ihre Augen zu, um Perception zu genießen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020